Hallo allerseits und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's wieder, The Baker Man von Everspill Music mit einem neuen Videopost und zwar für Oster-Samstag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Richtig, hier. Jetzt machen wir mal einen Schwenk. Ich bin nämlich direkt an der Hauptstraße gegenüber vom Kulturhaus und der Landbäckerei Koch. Schaut mal hin. Do ist die Landbäckerei Koch. Und do ist das Kulturhaus im Herbst. Da werden wir Oster-Samstag richtig einen ordentlichen, zünftigen Ostertanz machen. Mit Musik für alte und junge, mit den größten Hütten von damals und heute. Und wir haben vier. Es gibt vier gute Gründe, warum ihr Ostern bei uns tanzen solltet. Mit der FSB Music Videobotschaft das Wort zum Freitag. Haben wir heute Freitag? Ja, wir haben heute Freitag. Ich bin nach Herbst gefahren, denn wir sind in genau 15 Tagen dort. Am 15. April 2017 ist FSB Music hier in diesem Kulturhaus in Herbst. Und da spielen wir die 90er. I love 90s. Das ist unser Motto. Aber, naja, wie muss ich es so sagen? Also, wir spielen nicht nur die 90er. Was haben wir in den 90ern alles gespielt? Wir haben die 90er, die 80er, die 70er gespielt. Und ganz ehrlich, wenn mal einer dabei ist, der gewünscht ist von euch, der vielleicht aktuell ist und ihr feiert drauf, soll mir das recht sein. Also, I love 90s. Das ist das grobe Motto. Und an das halten wir uns. Oster-Samstag hier in Herbst im Kulturhaus, in Meiningen, Herbst. Ab 20 Uhr geht die Party los. Wir sind für die Feuerwehr unterwegs. Und ihr wisst es ja, wie schwer es heutzutage die Feuerwehren haben, ein bisschen Geld in die Kassen zu spielen und Gerätschaften anzukaufen. Und von der Warte her, gebt euren Herzen Ruck und tut der Feuerwehr was Gutes. Oster-Samstag, Meiningen, Herbst, Kulturhaus. Oster-Tanz. I love 90s mit Elvis B. Music. Ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss.